Ja, der Surgeon Simulator. Es ist lang her. Es gab einen neuen DLC. Wenn man das hier sieht... Trump. Ja, wir operieren Donald Trump. Soll ich den wirklich retten? Na, egal. Schauen wir uns das mal an. Ich hab schon lange nicht mehr gespielt. Muss ich nur aufs Powerknöpfle drücken, oder? Ja. Schauen wir uns das mal an. Stoneheart, ist doch klar. Das wär er. Ja, okay, dann... Was haben wir denn so alles? Komisch, wenn du... Boah, also die... Jetzt weiß ich... Naja. So, was haben wir denn so alles? Na, jetzt schauen wir mal. Okay. Schauen wir mal. Bomben. Hupsala, hab ich ein bisschen was anderes erwischt? Tut mir ja gar nicht leid. So, einmal... Und so, und so. So. Na, also... Ja. Verliert ein bisschen Blut. Ist doch wurscht, wenn der drauf geht. Äh, hab ich da nicht irgendwie mal genau eine Spritze gehabt? Gegen den Blutverlust? Ja klar, ich hau ein... Ein Steak rein. Ist das... Ja. Nein, das... Äh... Oh. Ups. Okay. Falsch. Ach, weißt du was? Das stimmt eh. Was haben wir denn da so alles? Ja. Müssen wir aber ein bisschen schöner machen, ne? So. Und ein beherztes... Fuck you. Hm. 314.000 Dollar. Okay. No more fucking around. Okay. Ich hab schon lange nicht mehr zockt. Ähm, wie krieg ich... Wie krieg ich dich auf? Ja, nicht schon wie ein Mittelfinger. Hab ich schon gezeigt. Ah, lol. Richtig abgespaced, hey. Okay. Ich hab das echt schon lange nicht mehr gemacht. Es gibt leider keine Spritze. Gegen den Blutverlust? Okay, dann wollen wir mal. Ähm, so. Ups. Erst mal ein bisschen mehr ernst. Okay. Oh, Baller. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Ups. Naja, aber haben wir schon mal ein bisschen was rausgekriegt? Da braucht er... Ja, hallo. Du willst... Ums verreckt nicht raus. Okay. Hm. Auch mehr Equipment. Mhm. So. Äh, das wird interessant. Das wird... Ja. Ne, das klappt nicht so ganz. Weißt du, wenn es eh schon da... ...liegt. So. Siehst du übrigens nichts mehr. Okay. Okay. Na, das machen wir später. Äh... Okay. Uh. Schon eher. Ja. Herzer. Oh. Ich hab einen blutigen Fingerhund. Ja, ein bisschen blutige Handfläche. Egal. Ist nur Blut. Äh, irgendwie hab ich das Gefühl. Ups. Gehst du mal auf. Herzer. So wollen wir das. Ach, nicht schon wieder der Bug. Nein. Herzer. Rr. Du wisst. Herzer. Okay. Braucht er nimmer. Hey. Okay. Also, mir ist ehrlich gesagt auch wurscht, ob ich es schaffe oder nicht. Ich wollte es halt nur mal zeigen. Wenn du mal rausgehst. So. Bom. 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 Okay. Wie ging das alles gleich wieder? Das musstest du, glaube ich, an einer gewissen Stelle abschneiden. Dann ging es weg. An einer gewissen Stelle, an der ich jetzt nicht hinkomme. Hey, Marsch und Run. Im VR war das so geil, weißt. Aber geht ja leider nicht mehr im VR. Weiß ja nicht mehr, ob die PS... Hm. PS4-Version irgendwie irgendwann VR-Support bietet. Warte, ich hab's nicht richtig. Das ist... Ah. Immer in Gefremle die Sachen zu bekommen. Herzer. Ne. Okay, Herzer. Herzer. So, und nur wegschneiden. Irgendwie. Hupsala. Ja, so eher. Atza. Amas. Okay. Wo kommen wir jetzt überall ran? Okay, zum Herz nicht. Da muss ich das Herz noch wegschneiden. Also, soweit freischneiden, damit ich es rauskriege. Das wird spannend. Vor allem mit der Steuerung. Jetzt wollte ich gerade sagen, ui, hab ich es jetzt schon rausgeschnitten. Ne. Das wäre jetzt zu einfach. Ah. 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 Ja. Herzer. Langsam aber sicher. Herzer. So. Irgendwie wundert es mich gerade. Warum hat der eigentlich kein Pech? Schwarzes Herz. Ey. Ey. Du kommst raus. Sehr. Also. Das hier. Oder das. Ja. Kriegt der Steinherz. Bumm. Ja. Wir haben es geschafft. What the fuck. So. Ich habe mal gedacht, jetzt gehen wir nochmal kurz rein. Schauen wir uns mal das Equipment hier an. Make-up. Juh. Ah ja. Uhr braucht ihr keine Sau. Ohne Uhr schaut es aus, als wäre sein Arm gefühlt fünf Meter lang. Gib mir das. Ja. Was kann man damit so zu alles? Ha. Man kann ihn stupsen. Oder? Ja. Nimm das. Und das. War auch die falsche Seite. Ich weiß. Hä. Lass mich die Lippen treffen. Das ist nicht so leicht, ey. Ja. 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 So einigermaßen. Sieht aus, als hätte irgendwie alles hier voll gesabbert. Das gibt es auch eine größere Variante. So. Muss ich nur treffen. Na ja. So. Einigermaßen. Schaut aus wie so ein Clown. Oh. Das ist schön getroffen. Ah ja. Und das kann man nur freischalten, wenn man auf dem Notizblock seine E-Mail-Adresse angibt. Dann schaltet man das hier frei. Das Make-up. Oh. Da war ja was drin. Oh. Was ist denn da überhaupt? Da. Brauchst du ein bisschen was. Ist da überhaupt noch was drin? Ne. Oh. Was haben wir sonst noch? Ja. Das klappt halt nicht so gut, aber... The hell with it. Schaut doch ganz putzig aus. Was haben wir sonst noch? Ja. Und das in ganz kleiner Form. Oder war das Medium? Ja. Ich will nur einen. Dankeschön. Ja. Das ist... Das sieht eklig aus. Das sieht eklig aus. Komm. Rosa Nase. Rosa Nase. Na ja, dann hau man halt. Es ist für einen Moment ganz witzig gewesen. So. Schauen wir mal, ob wir einen Schädel spalten können. Ja. Das klappt leider nicht so ganz. Ja genau. Schau her. Wenn ich dich schon hau. Warte. Wo sieht das hier nochmal aus? Na, leider nicht so. Aber ich komm hier auch nicht... Doch. Ich komm hier durch. Ich komm hier durch. Aber das war's auch mit ihm. Okay. Das war jetzt eigentlich der Trump DLC. Sonst glaube ich gibt's eh nicht großartig was zu zeigen. Gut, dann sag ich mal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da. Daumen hoch. Teil es mir vorhin Bekannten. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann.